Schwerelos scheint er in der Luft zu schweben, der neue ultramoderne Kampfjet der US Air Force, der F-35B Lightning. Das Besondere, der Jet braucht kaum Start- oder Landebahnen. Für den Take-Off reicht eine kurze Strecke. Die Landung erfolgt senkrecht, wie bei einem Hubschrauber. Noch wird der Kampfjet auf Flugzeugträgern getestet. Entwickelt haben ihn die USA und Großbritannien. Ein F-35B Lightning wird inklusive Wartung 253 Millionen Dollar kosten. 20 Jahre lang wurde an dem Hightech-Jet getüftelt. Am Ende verschlang das Projekt sagenhafte 390 Milliarden Dollar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020